Ja, doch schneller als ich dachte. Also, dass ich hier zum Lager komme. Und herzlich willkommen bei Mad Max mit dem alten Mann von den Schlaftabletten. Den kriege ich so nicht weg. Hauptsache, die lassen uns hier auch in Ruhe. Kommt der hierher? Genau beobachten. Nee, der fährt weg. Oh, nicht so schnell, nicht so schnell. Da ist ein Tank. Das war von einem Flammenrohr. Ich suche mal noch eine andere Position. Das ist auch gleichzeitig die Kolonnenstrecke, was natürlich ein bisschen ungünstig ist. Die Kolonne, ich gehe noch ein bisschen dichter an, ist auch oder nimmt auch einen Weg. Über ein anderes Gebiet. Wartet mal, wartet mal, wartet mal, wartet mal. Hier aufs Himmel. Schnell raus. Weiter, 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 weiter. Max, schnell. Wartet mal, hier hinten rauf. Hier bin ich weit genug von der Straße weg. Kann ich hier was sehen? Ich wechsle mal in den Sniper-Modus. Nee. Ach, das sind so eine anderen Dinger, ne? Donnerstabwerfer. Die kriegen wir ja nur kaputt. Wenn wir... ...das benutzen. Denn mal hin. Hauptsache, jetzt kommt hier nicht noch wer das und fummelt uns dazwischen. Ah, das Auto fährt einfach nicht rückwärts. Ich gebe hier schon die ganze Zeit Gas. Ach, Mann, das nervt immer ohne Ende. Wo schießt du hin, Jump? Sehe ich hier noch irgendwas? Da könnte der... Da. Da. Na, super. Wo hängt der denn da? Mach! Das gibt's nicht. Haben wir hier eine erhöhte... Nee. Halt! So, jetzt. Die sehen! Der führt keinen Weg durch. Der führt keinen Weg durch. Ich will trotzdem mal versuchen, ob ich... Schneller! Ob ich... Vielleicht von hier. Das war er. Das war er. So. Seh ich hier irgendwo einen Tank? Nein. Komm, steig aus, steig aus, steig aus, steig aus! Ich drück die ganze Zeit dauerhaft Y hier. Mach doch mal das Besch... Ich hab Licht ausmachen gedrückt, also nach links. Naja. Spring! Ah, scheiße. Anstatt den zu nehmen, der vor einen steht, das kapier ich nicht. Kapier ich nicht. Noch einer. Sind ja auch noch nicht genug. Oh, das schaff ich nicht. Das schaff ich nie im Leben. Jetzt hat er mal... Oh, hüpft weg! Das hatte ich eigentlich auch vor. Ich ball euch alle nieder! Okay. Oh, wo? Ich hab nicht das Gefühl, dass der zielt. Geht so schnell, konnte ich jetzt nicht. Warte, ich hau dir jetzt einer auf die Schnauze. Oh yeah. Wann ey. Hier gibt's einen Muni. Oh. Lauf! Oh, Mann! Ich will weg! Uh, das war gut. Ich komm ja gar nicht dazu. Jetzt hat's geklappt. Ich krieg schon einen Krampf hier, weil ich hier so verkrampft sitze. Wo ist denn der? So, Ruhe. Wie viele sind denn hier noch? Kann man das hier sehen? Drei Ölpumpen. Ich muss jetzt mal was trinken. Oh! Ist das übertrieben. Lauf, Max, lauf! Jetzt machen wir was anderes hier. Haben die getroffen? Schnelle! Schnelle! So, das ist ein bisschen entspannter. Das geht nicht mehr. Gleich ist das Lager im Alarmzustand. Er macht immer diese bescheuerte Lampe an. Das nervt mich. Ich hab Y gedrückt. Spiel. Ich hab Y gedrückt. Ich hab Y gedrückt. Ich hab Y gedrückt. Ich... Mann! Kannst du mal in die Richtung... Ich versteh's nicht. Es ist mir zu hoch. Es ist mir einfach zu hoch. Hier ist auch nix. Nun nimm es doch einfach. Ich hab's doch gewusst. Ich hab's doch gewusst. Oh, jetzt auch noch so eine. Ich hab Y gedrückt. Hallo, Spiel. Ich hab Y gedrückt. Hoffentlich ist jetzt Ruhe hier. Nix mehr drin. Wir brauchen alles dringend. Mann, war das ein Kampf. Wow. Ach, hier sind noch mehr. Ich muss so zielen. Achte auf Kettenreaktion. Ich weiß nicht, ob das jetzt alle waren, aber es war nicht schlecht. So. Eine Pumpe geht noch. Das ist auch ein Skrotus. Ja. Eins von drei. Kann auch gleich mal hier gucken. Ich glaub, jetzt haben wir aber alle erledigt hier. Mann, waren das Massen. Puh. Aber da muss ich natürlich auch mit rechnen. Dass der Schwierigkeitsgrad anzieht. Aber wenn man überlegt... Na, Max ist noch nicht auf 100%, ne? Da können wir noch... Ah, wartet mal. Ah, ich bin auf dem falschen Weg. So. Hier ist... Hier auch. Hier auch. Doch, Max. Guckt euch das an. Mehr geht nicht. Mehr Max geht nicht. Das ist schon der Mega-Max. Oh, ich will immer am Trigger ziehen. Das kommt natürlich nicht so gut. Reicht das so? Platz der Verwüstung. Na toll. Ich muss noch einen Haufen Schrott. Und Bauteile gibt's hier auch. Naja, dann werde ich hier jetzt erstmal noch ein bisschen rüber suchen. Das haben wir ja gesehen hier. Wir gucken mal weiter. Da hinten lacht mich auch schon die ganze Zeit Schrott an. Ich hätte das vielleicht mit diesen Dingern machen sollen, aber na, das überfordert mich die Situation dann immer ein wenig. Ich bin nicht schnell genug. So, hier war nix drin. Ich guck erstmal hier unten alles ab. Da gibt's Wasser. Gut, das holen wir uns gleich. Und hier war nochmal Schrott. Da ist gleich nochmal Schrott. Dann haben wir hier alles durchwühlt, ne? Da auf dem Bus ist Munition. Gut. Was fehlt uns noch? Eine Insignie und die Spekruhteile. Die hätte ich natürlich gern. Da unbedingt gern. Wir können da auch noch hoch. Da leuchtet schon das nächste. Aha. Die sind wichtig. Wenn wir die haben, die finden die ganzen Lager. Das ist gut. 7 von 8, 8 von 8. So, damit haben wir das Lager auch auf 100%. Achso, passt doch. Passt doch. Sehen wir hier noch irgendwo was? Hm. So. Hier ist ein Sniper. Den könnten wir uns noch holen. Ich möchte dann diese Strecke hier frei haben von solchen Überraschungen. Das ist die bevor ich mich an die Kolonne wage. Da ist auch noch ein Ding. Ah. So. Da ist auch noch ein Hier war ich doch schon. Ist doch nichts mehr zu holen. Max, wir haben schon alles. Oh, das war ein Kampf. Und es wird nicht weniger werden. Hier liegt noch Zeug. Schon wieder fast 1000 Schrott. Wahnsinn. Den kriegt man relativ schnell zusammen. Bonus Stecherladung. Ja. Aber mir fehlen noch Messer und sowas alles. Jetzt ist hier natürlich Ich hätte jetzt auch nicht gewusst. Das würde mich jetzt nochmal Da ist der Tank. Den habe ich nicht gesehen. Platz der Verwüstung. So. Ne, jetzt ist es auch gelb. Dann reisen wir mal schnell zu Jet. Jet, 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 Jet. Da kriegen wir dann alles voll. Ich war ja letztes Mal bei Gutgesch. Ich kann mich dann immer abwechseln. Energie ist dann auch voll. Munition ist aufgefüllt. Benzin ist aufgefüllt. Da guckt es alles wieder gut. Und hier haben wir ja auch schon einen Schnellreisepunkt. Aber ich werde mal den Luftballon auswählen. Der liegt ja ziemlich zentral. Ja. Okay. Ja, das Auto gefällt mir langsam. Aber bauen kann ich noch nichts Neues, ne? Muss immer gucken. Das muss noch freigeschaltet werden. Aber wie gesagt, das bringt ja alles nicht so wirklich was. Finde ich. Kann ich hier schon was? Auch nicht den Donnerstecher. Donnerstecher. Hier noch was? Nein. Ich habe das schon alles. Mir geht das immer nicht schnell genug, ne? Unmöglich. Na gut. Ich werde dann jetzt mal offline das machen. Und das hier. Und die hier auch. Da fahre ich als erstes hin. Dann sind schon mal die Vogelscheuchen hier weg. Die Minenfelder haben wir. Und dann kümmern wir uns um dieses Gebiet. Weil ich möchte auch... Guckt mal, hier haben wir ja schon was, wo ich nicht hinkam. Beim letzten Mal. Hier gibt es eine Info. Denn ich möchte ja auch diese Kolonne mir dann holen. Na, wir schauen. Mal weiter. Also ich. Ein bisschen haben wir ja hier schon. Ja, denn danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.